da hier ist nicht der ist unter mir oder was so irgendwie kommt man das vor oder mit so kann ich nicht rein von anderen seite vielleicht oder was da muss man runter jetzt geht sie nun scheiße müssen wir anders zurückgehen oder die blöder weg hier hier habe ich schon alles umgenittet schauen wir da rein schauen wir nicht rein da ist money wir machen schönen schaden hier da gibt es auch was geld am klo auf dem nicht geputzten wohlgemerkt da ist da noch was dann kommen wir da rein da ist wahrscheinlich einer gerade scheißen dort ist irgendwas sonst sehe ich hier gerade nix eine schutzweste sehe ich hier die holen wir uns oh ja schutzweste gibt sie mir jetzt haben wir ein wenig schutz so da drin soll es sein das holen wir uns auch am scheißhaus schon wieder am scheißhaus ist hier viel geld die parken hier geld immer beim kacken anders kann ich nicht sagen was ist hier so eine notiz ich darf jetzt nur nicht vergessen v ist heilen so jetzt sind wir hier draußen jetzt kommen wir von da da habe ich ein bisschen off geräumt offensichtlich dann schauen wir mal hier weiter da geht es ja nirgends hinter weiter grad das ist toll das ist nur da rum wir müssen da rein so jetzt gehen wir mal in die hauptding ist hier nur was aber geld ist nur da money da ist nur was ist das ein gast ja ist eine nutte so verpiss dich nutte sonst gibt es hier nichts mehr bleibt hinter mir leute da ist doch nur einer frage sind wo arschgeige oh tschuldigung oh schreckst mich aber auch lady alte fast angebot beziehungsweise ich habe sie angebot oder was hat gott sei dank nicht gezählt so sind wir sie jetzt oder was ja da ist nichts mehr gut wir sollen zu john donovan die stimmen schwarzen befreien anfangen mit dem holen ja dann gehen wir zum donnern aber haben wir schon genug hier schaden gemacht haben wir offensichtlich naja ok dann haben wir ab in holster hier die wumsen wumsen und raus vielleicht nur ein bisschen muni kaufen das war auch nicht so schlecht dass man sagen wir mal für unsere waffen so hoppla munitions kaufen boah ist das teuer aber egal wir haben die money wir haben die money nehmen wir uns unsere spitzen geklaute karriere die wir so ausschaut wie neu so ein dödl nennt mich schwanzlutsche sind froh dass er dann eine kriegt habe ich einen platten lol der hat mir einen platten geschossen ey ich fahr gleich zurück und rasier ihm die dödel weg so ein arschloch schau dir das an haben wir einen arschenplatten gemacht so ein arsch hört sich übrigens geil an irgendwie wie ein platter das ist jetzt lol ist das geil schau mal an der gummi fliegt runter wenn du mit dem platten fährst hey ist das geil gemacht leute ey das ist so wirklich geil coole sache allerdings kommt mir jetzt auch nicht mal vorwärts so wirklich nichtsdestotrotz ist das cool so weg da ja tschuldige du warst im weg lady wo man kann sogar aus dem fahrer und auto ist cool du kannst keine bullen verschwindigen ist mir wurscht bitte schicken sie ein paar männer hier unter es gab ein anruf wegen einer fahrerflucht im holo wenn sich jemand die mühe machen will so ich bin wieder da du bist ein erfreulicher anblick wo weiß ich dankeschön die Mädels sind frei alter das war die hölle auf erden tut richtig weh wenn man sieht was diese scheiß hinterwäldler treiben sobald ich diesen jackson in die finger kriege ist das ding gelaufen merle hat im ganzen hollow zuhälter er setzt drauf dass die seine verluste wieder reinholen wenn du die umlegst wird er im club aufkreuzen sehr gut komm zurück wenn du mit ihnen fertig bist ich kann dir bestätigen dass merl drüben im club ist so was soll man machen kehre zur stimme zurück rede mit dennaven zielanzeige du hast jetzt mehrere ziele zur auswahl wenige einsatz ziel über die karten und zielanzeige aus blablablabla alles klar ja wie viel habe ich ich habe nur was ist das kassandra derzeit habe ich nur eins ja bloß das du ne aber warte mal wieder mit der retur dem soll ich reden das habe ich doch grad achso ich soll nur schaden machen das muss er büßen achso ok ja ich soll nur mehr schaden machen aber wie denn vielleicht wenn ich das dann mach ähm donovan hat etwas gefunden das beim kampf gegen moncrano helfen kann das ist ja hüpfen wir mal da rein wuhu wir gehen wieder baden boah wie schwimmt denn der wie ein hund alter jetzt ist er nass haha geht gut das regnet sowieso hundertsechzig gut das gehen wir zu fuß leute boah die hütte ist aber auch im arsch hier das ist ja das ist ja doch nö ich komm grad vom friseur hopp 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 und auf ach schon da und ich fährt mir jetzt keine hier zusammen ne von diesen pissen manche hier können ja wirklich auto fahren wie die sau ja wir müssen zu ihm da rauf und ich muss nur schaden machen also brauche ich irgendwie nur einen auftrag damit ich den rauslock den scheiße bisschen schaden fehlt uns noch wir schauen was der dazu sagt oh lauf lauf keine kondi mehr leute hoppsa wir sind da ich hab was für dich dana man damit kannst du verstärkung rufen und ich hab dich immer für ein herzloses arschloch gehalten daran scheiden sich die geister übrigens miss lankester ist schon unterrichtet und kann loslegen ok spüre dixie patrouillen auf und erledige sie lustig diese kassandra hatte ah jetzt haben wir mehrere aufträge drei ja eins von den beiden kann man mal machen schauen wir mal dirty gett along dirty gett lässt pferdchen die aus bla 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 rausgeflohen sind vor einem miesen motel anschaffen das geht gar nicht merls cousin rooster macht sich hinter der hütte gemütlich und passt auf dass sich keiner in diesen bumsballast schleicht ohne im voraus zu zahlen ich würde sagen der auftrag ist näher machen wir das so wir machen aber beide weil ich glaube ich muss nur einen davon machen warte mal wo geht es denn hier raus ach hier oh nette bude hast du da bei der CIA spendierens da wohl nix gescheites aber immerhin ne so verbündete anrufen du kannst mit deinem verbindenden Hilfe und deines Fähigkeiten kontaktieren na das ist oben aha ok verbündete anrufen maus mit dem was maus mit dem gedrückt halten und dringen verbündet mit dem maus aus aha das funktioniert aber irgendwie nicht dann wählen verbündet mit einer maus aus ja habe ich aber nicht ich sehe da nix gefallen kommt da nix das habe ich irgendwie noch nicht leute hm sollte ich haben habe ich aber nicht vielleicht nur wenn man ein bisserl darf ich mal der auto haben Donovan danke so let's go ladies and gentlemen da schlech dich Donovan das kann man reparieren aber guck dir bei der rostschüssel fällt es nicht auf das muss man auch sagen ja was denn alter hupner so doof der Chief Master of the Boss hat Vorfahrt so da sind wir schon hoppsale na gut dann parken wir halt hier so den sollen wir töten dann schauen wir mal oh das sind einige Feinde wir werden natürlich mehr von diesen Mistgeburten umbringen und ich versuche erstmal weise ausscheiden oh scheiße der ist sauer der ist jetzt sauer aber gut ich kann ihn schön anlocken jetzt kommt der mit dem Gero was das ist ja mies tja wer geht denn der jetzt hin hier ist der Teufel am Werk kommt er jawohl hoffentlich sieht es der nicht hoffentlich sieht er das nicht komm zu daddy alles in Ordnung hier ja alles in Ordnung einer weniger kann man die aufnehmen die Waffe das wäre geil geht nicht dann werden wir den da los werden so da scheißer da scheißer da Penner oh der ist Kohle da ist auch Kohle notiz ok da ist das Ziel das sieht doch gut aus hier ist Geld Mädels ihr könnt abhauen jawohl wir haben Schaden und zwar genug oh yeah da geht es ja grad ab hier Alter Falter das sieht hier aus ist sauer da ist noch einer dreht dich auch nicht um aber bumm Alter ist das geil diese Messeranimation den sind schlecht den töten und den aufs Maul hauen das Problem ist ne der schaut jetzt her werden wir von der anderen Seite kommen so da können wir schnell rüber laufen so ja außer denen ist nichts mehr da aber ich töte gerne jeden weil die verdienen es einfach Wachposten ich könnte in Rente gehen was tue ich dann? ja dann geh in Rente weil meine Arbeit in der Bar lerne ich nicht mehr und wir sind dann Bundiger Wachposten-Town so jetzt schnappen wir uns den Scheiße schön einschleichen und schön die Fresse hinhaben Bundiger weg ist er ihr könnt fliehen so wir haben alles geschafft wow ist das ein Sniper? ist das denn ernst? geil wie kann man zoomen? Moment äh wie geht das? L? ne sobald du genug Sachen ja du hast mir jetzt bloß ja das ist mir klar aber ich möchte gerne zoomen wie ist denn die Zoom-Taste? da muss ich jetzt nur mal nachschauen ich habe nämlich keine Ahnung Tastaturbelegung äh Tastaturbelegung so Impfkampf zoomen zoomen da muss ich was von zoomen stehen im Nahkampf Waffen so hier zielfern oder benutzen x ok boah ist das geil 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 Sniper oder das leute ich nehme mal das Sniper hin oh oh scheiße wir haben da was gefunden den müssen wir noch loswerden und zwar leise boom digger boom einfach boom digger ne das nehmen wir nicht so wir haben alles hauen wir ab so wir könnten jetzt das abgeben ja das würde hinhauen aber ich will vorher noch den zweiten erledigen ja also ich mache auch mehr aufträge als ich muss mir geht es nicht darum also wer mich kennt ihr wisst ja ich bin nicht der juhu ich bin durch typ ne ich möchte es gerne genießen ich möchte alles mit euch machen jeden auftrag nach möglichkeit oh scheiße Bullen ja hauen wir schnell ab du Arsch hat Glück gehabt aber egal ich bin hier weg bis der die Bullen ruft passt ihm nicht dass ich das Auto geklaut habe aber ist egal ich bin schon wieder aus dem Gebiet das geht ganz gut man muss halt abhauen erledigen wir als Zuhälter das wollen wir machen Leute so richtig Wumse Wumse gibt es jetzt jetzt pisst es auch bis zum geht nicht mehr so schauen wir uns das mal an wir sind gleich da ein Stückchen noch hier muss das sein so ich komme da lieber ein bisschen von der Ferne weil ich weiß ja nicht wie das hier da ist ein Wachposten okay wir schießen hier rum ähm ja ich müsste den anlocken mal schauen ob das hinhaut gegnerisches Gebiet ist jede Gegend die von Wienganggeschäften kontrolliert wird die Ganoben haben dort etwas gegen ungebittene Besucher leuchtet ein bleib nicht länger als du dort willkommen bist und so öffnen sie das Feuer scheiße das ist nicht gut da oben denn so die umnähten hier sind überall Gegner so den locken wir jetzt an komm hier Arsch das ist gar nicht gut na das ist nicht gut für dich Junge komm zu Daddy Daddy hat dich nicht lieb Wachposten down Ladies and Gentlemen so wir machen natürlich weiter hier sind aber viele ich glaube hier müssen wir schießen an alle Einheiten Verfolgung beenden jetzt wird also beendet ich wiederhole Verfolgung beenden Geh weg da geht weg hoffentlich kann man jetzt nicht ziehen wenn ich pfeife wir machen wieder mal nen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt nen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andy von Gameplay Deluxe Tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal